letzte woche hatte ich so einen schlüsselfinder geschenkt bekommen das ganze eine schlüssel ring dran machen wo die schlüssel sind und wenn du das verlierst dann ist an dem anhänger dem schlüsselfinder so nummer dran und dann kann man hier anrufen und sagen ich borde mal auf da ist ein schlüssel hier dann kriegt man wieder zurück als ihr seid wieder teil dieses schlüssel anhänger schlüsselfinder habe ich schon an den schlüssel ring dran gemacht aber vergessen den hausschlüssel den schlüssel ring dran zu machen jetzt ist mir haus schlüssel und keller schlüssel verlustig gegangen ja jetzt denke mal wenn du jetzt meine schlüssel finde ist ne weise dann kannst du mich anrufen und dann sage ich dir die nummer von diesem schlüssel finder die steht da drauf ja ich glaube das ist jetzt der beste weg um das ist auch wie soll es am effizientesten weise